Ich bin der Ferdinand von Bike Components. Heute sind wir in Esnö, Belgien. Die Jungs sind schon richtig aufgeregt, man hört es. Es wird richtig schön heute. Die Jungs sind schon richtig aufgeregt, man hört es, 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 man hört es. Die Jungs sind schon richtig aufgeregt, man hört es. Die Jungs sind schon richtig aufgeregt, man hört es, 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 man Just want to be inside and spray, just want to be inside, you'll make so cheap, you're on tights, you'll never forget about it. Oh, so scharf! Ja, servus, erstes Endurorennen vorbei, alle Sextations überstanden, gutes Erlebnis, jetzt kann die Saison kommen. Es war wie immer ein Hit, die Trails sind super, die Leute sind super, die Wurst ist super und ich glaube es hat allen mega Spaß gemacht, war wie jedes Jahr eine coole Sache. Ja, super! Sehr schön, Pascal, wie ist es? Grazie! Pascal hat einen Ball.